Man kann mit einem Stock und einem Stein einen Kompass bauen. Als erstes haufst du deinen Stock mit Schmackes in die Erde. Jetzt nimmst du einen Stein und legst ihn am Ende des Stockschattens hin. Jetzt musst du ca. 15 bis 30 Minuten warten und diese Zeit kannst du zum Meditieren benutzen oder du kannst ihn in einen Ameisenhügel fassen. Danach legst du auf die neue Position des Schattens wieder einen Stein hin. Wenn man die beiden Steine jetzt mit einem Strich verbindet, sollte das die West-Ost-Achse sein. Logischerweise ergibt sich dann links und rechts davon die Nord-Süd-Achse. Bevor alle schreiben, das ist Fake, hier die Überprüfung mit einem Kompass. Also anscheinend ist es wahr.